ja servus leute mein name ist mtc und willkommen mal wieder zu einem neuen themen talk hier auf meinem youtube kanal ja jetzt ist es schon wieder ein monat her und seitdem ich das letzte mal ein themen talk hochgeladen habe und ich muss wirklich sagen hier mal wieder ein themen talk aufzunehmen ist für mich tatsächlich wieder mal was ganz neues wenn man wochenlang einfach nicht mehr über irgendwas geredet hat das hat auch einen speziellen grund beziehungsweise es hat eigentlich mehrere gründe und stück für stück in diesem video ich weiß nicht wie lang dieses video sein wird 30 minuten 40 minuten 20 minuten ich habe keine ahnung ich versuche mich auf jeden fall so passend wie möglich auszudrücken und bevor es mit dem eigentlichen thema losgeht werde ich noch mal kurz ein bis zwei minuten lang über etwas reden also indirekt über dieses thema um dieses thema ein bisschen aufzubauen damit ich einfach ja ich weiß nicht ob ich damit es schaffen kann dass man mich ein bisschen versteht oder dass man mich überhaupt nicht versteht ich versuche es einfach mal so gut wie möglich zu übermitteln das heutige thema ist ja nach 14 monaten bin ich wieder single wie ist eigentlich mein fazit zu fernbeziehungen da es eine fernbeziehung war und bevor jetzt irgendwelche leute direkt sagen ja sowas gehört doch nicht auf youtube dass man über seine beziehung spricht oder über seine trennung und mach mal nicht einen auf opfer du hast sicherlich auch deine fehler gemacht und bla und blub und sowas ist total taktlos und ehrenlos dass man überhaupt ein video dazu macht dass man das mit youtube teilt und so weiter und so fort ich wurde in gewissen punkten von irgendwelchen zuschauern oder von bestimmten zuschauern gefragt hey bla bla wie sieht es aus dies das jenes und da kamen halt aspekte zusammen wo es halt eben um die beziehung ging und habe ich gemeint hör zu ich bin mit ihr nicht mehr zusammen es hat halt nicht mehr gepasst so es hat halt mehrere gründe und so weiter und so fort wir haben uns getrennt und ja dann habe ich mich ein bisschen also ich würde nicht sagen verblabbert aber ich habe gesagt du ich kann gerne mal ein themen talk darüber machen also generell über das thema fernbeziehungen wie so mein fazit über fernbeziehungen ist da ja viele leute unter fernbeziehungen führen und damit ihre probleme haben hin und wieder und da habe ich mir gedacht ja ich mache ein video dazu dann haben sich ein paar wochen also ein paar wochen hat es gedauert wo die leute gesagt haben ja wann machst du das video endlich ich will sehen dass du sie auseinander nimmst und hast nicht gesehen und eine ansage und hin und her deswegen sage ich jetzt gerade hier am anfang dieses videos es wird wieder eine ansage sein es wird wieder ein video sein wo ich meine besagte ex-freundin irgendwie beleidige runter mache irgendwas öffentlich mache was null dazu gehört werde ich alles in diesem video nicht tun ich werde euch ganz kurz kurzen anführungszeichen die vorgeschichte etwas erzählen so was so schief gelaufen ist insgesamt warum diese fernbeziehung gebrochen ist und wer dann mein fazit somit zu dem thema fernbeziehungen halt einfach ja hier thematisieren mein fazit einfach thematisieren ja ist richtig gut lange rede kurzer sinn das war auf jeden fall der einstieg wie gesagt wenn irgendwelche leute noch da sind die irgendwie meckern oder sowas ich stehe ich würde nicht sagen in einem guten kontakt zu ihr aber wir sind einigermaßen befreundet miteinander hassen uns nicht sind auch nicht miteinander verfeindet und sie weiß dass ich dieses video hier mache und ich schreibe hin und wieder mit ihr telefoniere mit ihr und so weiter und so fort und sie weiß dass ich dieses video hier machen werde sie wird diesbezüglich keins machen weil sie eben keinen talkkanal hat aber für sie ist das total in ordnung dass ich hier diesen talk hier mache so jetzt habe ich vier minuten damit verbraucht verbracht verschwendet i don't know um euch das ganze so ein bisschen näher zu bringen jetzt kommen wir zum eigentlichen thema die ein oder anderen von euch wissen ja dass ich mit einer gewissen dame zusammen war ich meine ich muss ja jetzt kein geheimnis draus machen die leute die es wissen die wissen es einfach die leute die es nicht wissen die wissen es halt nicht ja und die leute die es wissen ich war ja mit carrie zusammen das ist ja meine ex-freundin jetzt und wir haben youtube technisch einiges zusammen gemacht podcast ist zwar nicht aber live streams halt einfach talk live streams gaming hammer zusammen gemacht und so weiter und haben uns auch youtube technisch super miteinander verstanden und das bleibt auch so dass es keine frage und man hat auch so ein bisschen gemerkt also ein paar zuschauer von euch gerade die leute von discord die wussten halt immer ja man kann auch am wochenende mal ein bisschen miteinander quatschen und da war sie halt auch immer dabei und hat man ein bisschen sich mit unterhalten zusammen und fertig so das ding ist tatsächlich dass diese entfernung sie kam ja aus österreich und ich komme ja aus deutschland drei am pfalz und da waren wie lange war das 700 800 kilometer so im schnitt ungefähr und müsst ihr euch vorstellen wenn ich mit dem reisebus hingefahren bin habe ich insgesamt acht bis neun stunden damit verbracht hinzufahren ja was für mich sehr anstrengend war und wenn sie mit dem auto gekommen ist hat sie auch ein paar stunden im auto gesessen ja wie oft haben wir uns gesehen das ist auch direkt der erste punkt was das thema fernbeziehung betrifft wie oft haben wir uns gesehen es war keine fernbeziehung wie sie die meisten teenager führen ja und ich sage das weil ich damals selbst ein teenager war und solche fernbeziehungen in anführungszeichen geführt habe also es war keine fernbeziehung im Sinne von ja wollen wir zusammen sein ja okay und hat man sich nie gesehen und fertig also wir haben uns also wir waren halt schon vorher miteinander ein bisschen befreundet das war auch im prinzip das wo ich sage dass sie menschlich gesehen mir nach wie vor wichtig ist genauso wie ich ihr menschlich gesehen wichtig bin weil wir eben vorher schon gut befreundet waren und uns gut verstanden haben wir haben uns in der ganzen zeit also wir waren 14 monate zusammen wir sind jetzt zeit lasst mich nicht lügen seit sagen wir mal offiziell vier bis sechs wochen sind wir nicht mehr zusammen so offiziell und so inoffiziell so seit acht neun wochen so ungefähr und ich habe tatsächlich wollte ich den themen talk machen auch so generell andere themen talks aber ich wollte diesen themen talk ja unbedingt machen weil mir nichts anderes mehr im kopf gewesen ist die letzten wochen ja emotional gesehen kam ich total klar ich habe dieses video hier schon vor zwei wochen aufgenommen vor so zweieinhalb wochen circa und ich hatte meine probleme damit das so stehen zu lassen zum einen weil es ein video war was eine stunde lang ging weil ich einfach viel zu sehr ausgeholt habe und zweitens weil ich in gewissen punkten zu subjektiv war und ich wollte dieses video hier so objektiv wie möglich ja darstellen halt einfach so eben mit meinen erfahrungen was ein bisschen subjektiv ist aber objektiv und sachlich halt einfach ein bisschen dass man sagen kann hey wie funktioniert eine fernbeziehung was gibt es für gute aspekte oder was gibt es für schlechte aspekte dass man einfach da ein bisschen auch objektiv sich rantasten kann und sagen dann okay gut wäre das jetzt was für mich wäre das jetzt nichts für mich so wie sieht es aus ja dass da eine subjektive meinung mit dazu fließt oder erfahrungsberichte eigene das ist klar deswegen nehmt es mir nicht böse und hört mir einfach zu ja auf jeden fall waren wir 14 monate lang zusammen und wir haben uns tatsächlich alle zwei monate gesehen wenn es gut lief mal für jeweils ja ich würde nicht sagen ein wochenende so aber ja so 45 tage manchmal auch eine woche es kam sogar einmal oder zweimal vor dass wir uns zwei wochen lang gesehen haben und wie gesagt alle zwei bis drei monate haben wir uns gesehen wir haben täglich telefoniert wir waren täglich haben wir video chat gemacht egal ob whatsapp oder skype oder discord wir haben täglich miteinander mindestens geschrieben telefoniert wie gesagt wir haben video chat haben wir gehalten meist stundenlang ja und haben natürlich aktiv gezockt wir haben sehr viele survival games miteinander gezockt und das ist mit uns eine sache die mich in die letzten oder in den letzten wochen sehr ich würde ich sagen belastet haben aber das sind so dinge die mich schon zum teil runtergezogen haben ja in dieser beziehung war es so wir haben halt wirklich mehr also ich muss sagen obwohl es eine fernbeziehung war haben wir tatsächlich mehr miteinander gemacht und mehr miteinander geredet wie ich es in meinen anderen beziehungen nicht erlebt habe und diese beziehungen die ich zuvor hatte das waren keine fernbeziehungen sondern da hat man sich fast täglich gesehen und ich meine da hat diese ganze kommunikationen stattgefunden wie jetzt in dieser beziehung die ich jetzt hatte ja wenn sich jetzt einige fragen ja wer hat eigentlich schluss gemacht das ding ist tatsächlich habe ich das ganze beendet mit dem also das war ich würde nicht sagen das war eine kurzschluss reaktion aber es war halt einfach ein punkt den ich erreicht habe den ich in der beziehung schon oft erreicht habe aber immer wieder wurde es ein bisschen krasser dass ich gesagt habe irgendwie bringt das ganze nichts ja wir sind wir haben so eine krasse entfernung und irgendwie weiß ich halt nicht und ohne jetzt weit auszuholen sie war halt so ein mensch wie gesagt ich stehe halt in einem guten kontakt zu ihr und sie auch zu mir das passt auch alles so aber sie war halt so ein mensch sie hat so wenig wie möglich gestritten sie wollte nicht diskutieren sie wollte nicht streiten ich hatte immer den eindruck in der beziehung sie wollte ja sie wollte sich jetzt nicht unbedingt mit positiven aspekten befassen oder beschäftigen aber überwiegend halt einfach ja immer wieder wenn es da eine sache gab die man einfach hätte thematisieren können war ich immer drum und dran ist auszudiskutieren während sie halt einfach ja sie ging zwar darauf ein aber bei ihr hatte ich halt immer so das gefühl sie weiß ich nicht sie wäre nicht imstande dazu das einfach zu lösen so nicht weil es jetzt unreif war das um gottes willen will ich jetzt nicht sagen aber sie war einfach so total und ja wie mir fehlt das wort wie sagt man dazu sie war halt so ein ja so ein ruhigerer mensch halt einfach bei meinem bruder zum beispiel ist ja auch so mein bruder diskutiert halt nicht gerne rum er sagt ja es ist halt so wie es ist und fertig aus will er nicht diskutieren wir einfach seine ruhe haben und ich bin halt so ein mensch meine mutter sagt immer du bist ein sternzeichen skorpion die sind halt so denke ich jetzt nicht es gibt ja unterschiedliche menschen die so sind oder mal so sind und ich persönlich bin halt ein mensch wenn es irgendwas gibt was mich abfuckt entweder ignoriere ich das thema so lange bis ich mich so krass abfuckt dass ich da teilweise ausraste oder ich sage direkt nee das passt mir nicht das gefällt mir nicht lass uns drüber reden lass uns diskutieren und so war das in der beziehung ich habe immer wieder versucht die dinge die probleme die konflikte die da waren immer wieder auszudiskutieren und immer wieder war ich halt einfach ernst bei der sache dabei während sie halt einfach von streit zu streit den wir bekommen haben immer mehr das gefühl hatte dass ich kalt werde und ich bin diese beziehung reingegangen mit einem aspekt den viele nicht gut finden ich persönlich also viele menschen die werden dann irgendwann verletzt und verlassen vielleicht betrogen belogen und keine ahnung was nicht alles und rappeln sich wieder auf ich bin ein mensch ich nehme diese erfahrungen mit in meine zukunft ich weiß dass ich scheiße und so aber das ist einfach für mich persönlich wie soll ich sagen eine eigenschaft die mich beschützt vor irgendwelchen sachen und so ist es so dass ich dann die leute nicht irgendwie zu laber von wegen ich liebe dich ich vermisse dich habe so sehnsucht und hast nicht gesehen sondern dass ich versuche einfach irgendwie klar zu kommen so und so war ich halt auch in dieser beziehung und oftmals war es so also das thema eifersucht wenn ich das kurz ansprechen soll gehört ja auch dazu weil man ja einer fernbeziehung nie weiß was macht die person von meiner seite aus ich hatte ich müsste jetzt lügen aber ich hatte noch nie irgendwie das gefühl sie verarscht mich oder sie baut scheiße oder irgendwas der gleichen klar ich habe meine augen nie überall ja aber einfach das vertrauen was ich hatte ja das kann man mir das kann mir keiner wegnehmen so rum und das ist einfach das was für mich persönlich in dieser ganzen beziehung ein sehr sehr hoher aspekt war weil die meisten beziehungen vor allem fernbeziehungen wo man sich alle zwei drei monate mal sieht bei so einer entfernung die brechen halt einfach die brechen nicht im sinne von ja ich mache schluss weil ich kann nicht mehr sondern da geht irgendeiner fremd und deswegen ist die beziehung dann vorbei ja und da war es so dass ich ihr durchgehend vertraut habe weil ich eben auch so ein bisschen ich würde nicht sagen gefühlskalt aber so ein bisschen gefühls neutral in diese beziehung gegangen bin sie war für mich am anfang schon also bevor ich mit ihr zusammen war ein sehr wichtiger mensch und so ist ja auch heute noch so das erinnert sich auch nichts dran aber ich bin halt so ein bisschen so gelassen in diese beziehung reingegangen ich habe was für sie empfunden aber ich weiß kein mensch der irgendwie 24 7 ich liebe dich geschrieben habe ja sie persönlich hat ab einem gewissen zeitpunkt gesagt ja manchmal wird sie sich sowas wünschen aber ich persönlich in dem punkt kann ich mich aus der opferrolle rausziehen das ist jetzt überhaupt nicht meine schuld in dem punkt wie gesagt weil wir haben jeden tag geschrieben wir haben stundenlang telefoniert stundenlang gewideochattert stundenlang gezockt egal ob es positive sachen waren oder negative wir haben immer über alles geredet also ich persönlich hatte null geheimnisse vor ihr und ich muss obwohl die beziehung vorbei ist und sie im prinzip die erste person war von uns beiden die keine gefühle mehr für mich hatte muss ich wirklich dazu sagen wenn die 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 ex-partnerinnen von mir wenn nur eine davon nur halbwegs so also menschlich gesehen so korrekt gewesen wäre wie sie ja dann wäre ich heute beziehungstechnisch nicht so ein frack teilweise wo es sich dann total wie so ein kaltes arschloch verhält so warum kaltes arschloch kann ich euch sagen oftmals gab es punkte wo sie dann irgendwie gesagt hat ja sie vermisst mich oder so wo ich dann halt einfach ich konnte nicht wirklich irgendwas sagen so ich habe weder gesagt ja ich finde es total süß dass du leidest oder so ich habe halt gemeint naja was willst du halt machen die entfernung kannst halt nichts machen so dass das eine möglichkeit zu chatten zu zocken und zu telefonieren und so weiter und so fort und das ding ist was ich so negativ an an fernbeziehungen finde ja ist einfach die tatsache ich mal was heißt negativ du kannst es dir ja aussuchen ich meine gut wenn du dich verliebst du das kannst du nicht aussuchen aber du kannst dir aussuchen ob du mit dieser person dich ob ihr zusammen geht und zu sachen das will ich jetzt nicht irgendwie thematisieren aber das ding ist halt bei einer fernbeziehung du hast halt einfach da nicht die möglichkeit einfach irgendwie weiß ich nicht so gehen wir mal davon aus sie geht arbeiten ich geht arbeiten ich gearbeiten so sie geht arbeiten ich gearbeiten so jeder hat hobbys er hat freunde jeder hat eine familie so und dann hat man mal ein zweimal urlaub im jahr so was willst du da machen du kannst doch nicht irgendwie sagen ja wie lange hast du urlaub ja zwei wochen ja gut lass uns zwei wochen durchgehend was machen nee du musst dann einfach ein bisschen die sachen aufteilen ich bin mensch wenn ich in der beziehung bin ist für mich im stellenwert ding ist dann nur die nummer eins die partnerin die nummer zwei familie und nummer drei freunde und nummer vier ich und meine hobbys halt einfach ich komme da als letztes ja so und ich weiß aber auch dass es menschen gibt die halt einfach sagen hey du bist für mich der wichtigste mensch überhaupt so aber meine familie und meine freunde die haben halt auch so denselben stellenwert wie du und wenn man da einmal im urlaub einmal im jahr urlaub hat und nutzt für zwei drei wochen oder sowas eine fernbeziehung da kannst du halt nicht viel machen oder triffst du dich mal dann bleibst du mal eine woche dort oder so versuchst irgendwie zu handeln oder so und dann hast du halt auch nur die zeit und die möglichkeiten dir die dir zustehen so und viele leute die die sagen hey man muss in der beziehung mehr machen und so klar muss man mehr machen in der beziehung aber ganz ehrlich wenn ich jetzt beispielsweise einfach freizeittechnik ja ich bin mit dieser person zusammen in dem moment also sie ist bei mir oder ich bin bei ihr und sie hat dann wie soll ich sagen beispielsweise an einem tag wenn man wenn man das ganze abzieht so hat sie dann beispielsweise acht stunden freizeit oder so wenn man das schlafen auch abzieht und so beispielsweise die person geht noch arbeiten und du bist halt bei ihr und sie kommt dann nachmittags heim oder so da sie beispielsweise acht stunden noch freizeit ja so und dann in diesen acht stunden das sagst du nicht ja lass mal acht stunden lang mit freunden plaudern oder irgendwie rausgehen zu irgendwelchen orten wo man eigentlich keinen bock drauf hat ja und da sagst du wirklich in diesen acht stunden ey lass mal zusammen kuscheln lass eine serie anschauen aus dem film anschauen lass halt sex haben so keine ahnung und machst es halt auch einfach und dann ist die zeit hat wieder so schnell vorbei dass du im prinzip nicht mehr weißt wie du die zeit einteilen sollst du teilst ihr halt in dem moment ein so sehr bist du unterstunden wie soll ich sagen unter unter druck unter stress dass die beziehung darunter leidet und das war auch der fall bei mir ich wurde muss ich vorstellen immer wenn sie bei mir war oder ich bei ihr und der tag x gekommen ist wo man dann halt gesagt hey man ich gehe halt dann ich muss gehen war ich immer so angepisst dass ich meine wut an ihr raus gelassen weil sie ist nicht so körperlich so sondern halt einfach habe sie dann irgendwie teilweise ignoriert und habe halt so kalte antworten teilweise gegeben weil für mich persönlich ist eine fernbeziehung aus dem grund scheiße weil du hast halt wenn du streitest ja so übers telefon ja kannst du herumschreien kannst mal beleidigen und alles und hin und her ist okay das legt sich wieder aber sind wir noch mal ehrlich wenn ich jetzt beispielsweise mit der person telefonieren auch wenn es ein video chat ist und ich sage irgendwas dummes was ich vielleicht fünf minuten später bereue dann kann ich nicht noch mal sagen es tut mir leid war nicht so gemeint so dann gibt die person fick auf dich so was machst du also du gehst ja ebenso im echten also was heißt im echten leben halt einfach offline wenn du nie wenn diese entfernung hat nicht da ist gehst du halt hin umarmst die person sagt hey war nicht so gemeint ja dann gucken halt wie sich das ganze regelt und dann umarmen sich wieder und küsst sich wieder und macht halt keine ahnung versöhnt sich halt irgendwie und das ist der punkt wo halt bei einer fernbeziehung halt einfach fehlt diese kommunikation ist zwar da sie kann da sein ganz klar aber diese persönlichkeit diese nähe diese körperliche nähe fehlt einfach wie gesagt bei ihr war es so wir haben uns sehr gut unterhalten die gespräche waren sehr tiefsinnig sie waren sehr deep auch dass wir uns so was es zocken betrifft so gut zusammengerauft haben fand ich auch extrem nice umso mehr hat es mich halt verletzt als das halt nicht mehr war dass wir halt miteinander geredet haben und gezockt haben aber am ende des tages wenn ich jetzt zurückblicke war es etwas was uns im prinzip beide geholfen hat wie gesagt ich persönlich habe es beendet allerdings habe ich dann wieder ein paar tage später gesagt hey wir müssen das irgendwie wieder schaffen so wir müssen wieder klarkommen und weniger streiten aber sie hat gemeint sie kann das halt nicht mehr und dann ein bisschen drauf was sie hat mich dann tagelang ignoriert tagelang nichts mehr geschrieben gar nicht mehr und da kam der zeitpunkt wo sie gesagt hat du ich habe keine gefühle mehr für dich und ich habe gesagt das war für mich ein brett ein richtiges brett ein brett im sinne von auf der einen seite habe ich mich so gefühlt die person geht sie lässt sich alleine du bist wieder mal einsam obwohl du sowieso so gut wie keine leute um dich herum hast die dich wirklich zu 100 prozent verstehen sie verpisst sich wieder von dir sie ist wieder ein mädel was halt einfach geht was ein fick auf dich gibt fuck scheiße was machst du jetzt bist wieder einsam scheiße es wird schlimmer und schlimmer und auf der anderen seite habe ich mich so gefühlt im sinne von ja wie kann sie denn nur weil das kann ich jetzt sagen so offen und ehrlich ja wie kann sie nur ist sie bescheuert oder was ist sie behindert so was sehr problem so ist sie unreif oder was weiß ich nicht wie man eine beziehung führt dass man da auch mal streiten muss und so und war halt sauer und dann habe ich tatsächlich eine memo an sie gemacht ich meine was ich in der memo gesagt habe das jetzt eigentlich egal das will ich jetzt nicht sagen auf jeden fall war ich da halt nicht nett zu ihr und habe da halt sachen gesagt die ich halt dann bereut habe und dann hat sie mich überall wo es noch ging geblockt und wir haben uns tatsächlich danach wieder irgendwie zusammen gerauft und seither haben wir ich würde nicht sagen guten kontakt aber wir sind nicht verfeindet miteinander und wir stehen in keinem konflikt miteinander was jetzt irgendwas betrifft was negativ ist und ich sag mal so freunde von ihr ich weiß nicht wie die so zu mir stehen aber man kennt das halt einfach weil ihr könnt das einfach nicht sagen aber die leute sind nicht so von wegen ich habe du hast sie verlassen oder sie hat dich verlassen ja pech gehabt wärst du mal besser gewesen ich meine gibt sicherlich so leute aber die meisten besten freunde da draußen sind so ja fick doch auf den spaß gibt der geb auf den spaß den fick oder scheiß auf den typ scheiß auf das mädel so du findest eben bessere besseren partner blablabla und ich weiß nicht wie es bei ihr ist so bei mir ist es halt so dass die hand von leute die ich halt habe dass die halt gesagt haben ja also die waren überwiegend so eingestellt ja ist halt scheiße so die wusste halt nicht was sie an der gutes hatte blablabla naja was holz leben geht halt weiter und man leidet man leidet sehr darunter man vermisst die tage man hat albträume ich persönlich bin halt mensch ich habe halt immer wieder albträume egal ich kann 24 7 zocken mich in irgendwelche hobbys rein stürzen und und was weiß ich nicht alles ich habe dann immer wieder albträume die sich immer wieder zehntausend mal wiederholen was mir den schlaf raubt und so weiter und so fort ihr kennt dieses spiel sicher selber wenn man halt so ein mensch ist und das sind so dinge die mich runtergezogen haben und ich muss sagen jetzt die zeit über habe ich youtube technisch so gut wie gar nichts gemacht hat einfach den grund gehabt wie gesagt ich wollte dieses video hier machen bevor ich mich wieder auf ein anderes thema stürze weil es mir sehr wichtig war dieses video sachlich und objektiv rüber zu bringen und ich glaube ich könnte noch so viele punkte aufzählen ein punkt zum beispiel wenn ich noch gern aufzählen wollen würde ist dieser und zwar bin ich halt ein mensch das ist halt nicht zu meiner verteidigung eher so als negativer punkt an mir selbst den ich halt nicht mag aber er ist halt nun mal da ich bin mensch ich bin gewohnheitstier ich gewöhne mich an eine sache und dann bin ich besessen davon ja ich ich zocke jetzt ein spiel und stattdessen spiel zwei tage lang spielen wieder ein anderes game sitze ich dann tagelang monate oder tagelang genau sitze ich dann tatsächlich monatelang an diesem game und zockt wirklich wie sucht mäßig keine ahnung durch kann man jetzt nicht sagen weil games weil das ja meistens endlos ist aber ich hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will ich esse meist dasselbe wenn ich einkaufen gehe ich gehe immer dieselben wege kauf mir meist immer dasselbe ich trinke dasselbe bier immer ich trinke dasselbe wasser ich ich wie gesagt ich esse dasselbe zeug ich gucke mir immer wieder dieselben kanäle an habe sehr schwer neue kanäle zu abonnieren weil ich immer sehr schwer damit klarkomme neue menschen kennen zu lernen ich habe seit jahren immer wieder dieselben menschen denen ich vertraue mit denen ich kontakt habe auch wenn es manchmal nicht viel ist weil halt jeder so seine eigenen dinge zu tun hat im alltag ich bin mensch ich höre fast immer nur dieselbe musik ich schaue immer nur dieselben serien filmtechnik immer wieder ein zwei genres und fertig mit dem rest will ich nichts zu tun haben dieselben klamotten derselbe stil was mein bart betrifft alles mögliche dieselben gespräche dieselben weiß ich nicht an gewohnheiten halt ich bin halt mensch ich gewöhne mich als sehr selten um weil mir das ganze halt einfach ja auf den keks geht ich bin schlecht darin mich um zu gewöhnen und wenn ich dann in so einer beziehung bin dann verletzt es mich weil ich weiß diese person wird nie wieder zu dir so sein wie sie mal war das ist etwas was mich verletzt was aber von beziehung zu beziehung immer weniger wird weil ich halt immer weniger den menschen vertrauen aber das ist ein anderes thema was mich aber am meisten was das angeht runter zieht ist halt einfach diese gewohnheitssache du gewöhnt sich an mensch und dann ist er weg so also verpiss sich halt einfach macht sich auf den staub will halt nicht mehr reden kommt nicht mehr klar liebt sich nicht mehr und dann musst du erstmal wieder klarkommen und ich bin halt kein mensch der dann um die häuser zieht und sagt komm dass man neue mädels kennenlernen und irgendwo saufen oder so ich setze mich zu hause hin trinken ein bisschen was her musik und versuch klar zu kommen ja wie ich dann emotional damit umgehe ja ist halt wieder ein anderes thema ja auf jeden fall ist es so mit uns hat die vorgeschichte sie wir halten mensch sie konnte mit konflikten nicht wirklich viel mal zu tun haben oder wollte nicht viel mit konflikten zu namen kam halt nie wirklich mit streitereien klar ich bin halt was streit betrifft ein sehr sehr sturer mensch ich bin mensch ich die selten auf andere meinungen ein es sei denn ich finde sie plausibel und wenn sie nicht plausibel sind gehe ich halt auch nicht darauf ein ja sie waren sehr sehr guter mensch sie war wie gesagt menschlich gesehen korrekt zu mir korrekter als die meisten freunde die ich in meinem leben schon kennengelernt und verloren habe quasi also verloren im sinne von haben sich halt einfach verbisst man kennt es und ich muss wirklich sagen als fazit wenn du die möglichkeit hast eine fernbeziehung einzugehen dann bedenke dass wenn eines tages alles gut läuft in dieser fernbeziehung also stück für stück man kommt sich näher bla bla man ist ein paar monate zusammen und so weiter hat auch gut kontakt liebt sich auch über alles kommt auch menschlich mit dieser person klar dann macht euch den kopf darum dass ihr irgendwann zusammen zieht und ich rede nicht davon du zu ihm oder du zu ihr oder umgekehrt oder irgendwas dergleichen sondern dass man sich am besten und das ist mitunter die beste lösung für so eine fernbeziehung dass man sich zusammen eine wohnung sucht hat einfach den grund dass wenn ich jetzt umgezogen wäre ich gebe meine wohnung auf habe nichts mehr hier was mich hält ich ziehe jetzt zu ihr die beziehung ist vorbei sie liebt mich nicht mehr so was mache ich dann bei ihr beispielsweise sie lernt einen neuen typen kennen sie ist mit ihm zusammen da kann der ex freund sicherlich nicht dort noch wohnen weil er einfach nicht mehr die chance hat zurückzuziehen geht nicht deswegen haltet euch wirklich die chance offen dass ihr dann entweder wieder gehen könnt wenn es vorbei ist dass er der person nicht auf die eier geht oder dass man im schlimmsten fall oder im besten fall nicht im schlimmsten fall im besten fall sich eine wohnung gemeinsam sucht so und finanziell dass es auch alles passt so und was ich aus dieser fernbeziehung gutes mitnehmen kann gutes sind eigentlich schlechte punkte was ich trotzdem als gut empfinde du bist halt nicht 24 7 mit der person zusammen du kannst halt auch deine eigenen dinge machen wenn ich sage ich nehme jetzt was auf nehme ich was auf wenn sie sagt sie nimmt was auf nimmt sie was auf wenn ich sage ich habe jetzt keinen bock mit ihr zu reden erst so in zwei drei stunden mal wieder oder so weil ich jetzt irgendwie müde bin weil ich mich jetzt hinlegt dann machst du das einfach du machst so viele dinge einfach so und es ist in ordnung weil diese entfernung ist da und jeder mensch hat etwas eigenes zu tun so sitzt du halt nicht permanent aufeinander und musst irgendwie weiß ich nicht gemeinsamkeiten finden weil ich persönlich ist einige von euch werden jetzt den kopf schütteln so aber wenn ich in der beziehung bin und man wohnt zusammen und so dann kann ich diese leute nicht leiden die sagen ja wie kannst du nur wie kannst du dich jetzt nur an den pc setzen und zocken also ganz ehrlich ich weiß nicht aus welcher generation diese leute stammen aber wenn ich in der beziehung bin und die person wohnt bei mir oder ich bei ihr oder wir wohnen zusammen und ich habe bock zu zocken dann zock ich und wenn ich bock habe fünf stunden zu zocken dann zock ich fünf stunden ist einfach so da stotter ich sogar schon so real talk ist das müsst ihr euch vorstellen können man die kommentare schreiben wenn ihr bisher in dran geblieben seid hashtag real talk weil wie gesagt was ich aus dieser fernbeziehung an gutes mitnehmen ist du bist halt nicht durchgehend sitzt du auf der person drauf also jetzt bildlich gesprochen so also man sitzt sich halt nicht auf der pelle wenn man das so sagen kann und du hast halt auch ein bisschen deine zeit für dich und eine ruhe sie war tatsächlich ich würde nicht sagen sehr eifersüchtiger mensch habe ich schon krassere beispiele erlebt aber sie war schon dezent eifersüchtig und bei einer fernbeziehung ist sowas halt immer wieder etwas schräg weil du halt einfach vertrauen musst und das kostet dich aber auch extrem viel kraft und energie und wenn diese person dauerhaft eifersüchtig ist obwohl sie der person eigentlich vertraut oder obwohl die person mega treu ist bis zum geht nicht mehr verletzt es diese person und macht die beziehung kaputt und eines teils kommt der moment ja du ich habe genug gelitten ich weiß das liegt nicht an dir aber ich kann nicht mehr macht mich kaputt alles die entfernung und co und was ich schlechtes aus einer fernbeziehung rausnehme ist wie gesagt du hast einen streit miteinander und was kannst du machen nichts kannst du machen du kannst dann auf engels zunge auf die person mit engels zunge auf die person drauf einreden kann sagen ja so und so war das gemeint und nicht so und so hin und her nach nicht gesehen und kannst halt einfach nicht diese nähe suchen ja ich muss wirklich sagen emotional geht es mir gut ich bin also ich habe eine zeit lang gesagt ich will nicht mit ihr befreundet sein weil ich weiß ich weiß nicht wie ihr das ganze seht könnt ihr meine kommentare schreiben aber mit einer ex freundin oder mit einem ex freund befreundet zu sein ist für mich aus dem grund etwas problematisch weil wenn du in einer beziehung bist hast du so gesehen wenn alles gut läuft jeden tag kontakt du schreibst miteinander telefonierst siehst die person womöglich keine ahnung irgendwas halt und wenn du dann befreundet bist dann bist du nicht mehr die nummer eins von dieser person logischerweise und somit schreibt ja auch nicht mehr 24 7 oder habt kontakt 24 7 weil die person eben anderes zu tun hat und bei ihr wusste ich dass sie zwar beste freunde hat aber dass diese besten freunde teilweise dass sie da wochenlang oder monatelang mit diesen leuten keinen kontakt hatte und so wollte ich nicht enden soll weil sie mir zu dem zeitpunkt halt noch so viel bedeutet hat dass ich noch gesagt habe ich liebte ich vermisse ich halt einfach und momentan ist es so wenn man mich jetzt fragen würde liebst du sie noch würde ich sagen naja was heißt lieben ist halt jetzt nicht mehr so unbedingt extrem krass lieben was sie hat halt genauso wie meine anderen ex freundinnen halt immer noch einen speziellen wert für mich wobei ich sagen muss mit den ganzen ex freundinnen zuvor mit denen hatte ich danach nie wieder so richtig in kontakt auch nicht freundschaftlich oder irgendwas dergleichen wir sind ich bin zwar mit diesen leuten oder mit diesen mädels halt keine ahnung mit diesen frauen halt einfach nicht mehr so also nicht verfeindet oder so aber man geht sich aus dem weg hat einfach man es gibt einen weg auf die andere person ja trotzdem sind diese menschen halt ein teil von meinem leben weil sie eben meine vergangenheit waren ja und so sehr wie mich so ein punkt etwas naja nachdenklich macht weil ich mir so denkt naja wann kommt sie endlich die person wo man für immer und ewig bis man stirbt zusammen ist kannst du halt nie sagen wann das so ist das ist auch der einzige punkt wo ich sage das macht mich nach wie vor traurig weil du vertraust diesen menschen redet über alles diese nähe die ihr habt generell in der beziehung diese nähe die man hat diese gespräche diese liebe halt einfach diese zweisamkeit und plötzlich ist eines tages alles weg weil die gefühle plötzlich nicht mehr da sind und man weiß nicht mehr warum das so ist es kam halt schleichend bei ihr wusste ich dass das schleichen kam mit ihren gefühlen weil sie immer wenn sie zuerst wach war sie mir geschrieben hey wie geht's wärst du geschlafen bla bla und eines tages kam das nicht mehr da hat sie mir dann tagelang so gut wie gar nichts mehr geschrieben und dann kam ja der tag x wo sie mich generell ignoriert hat wo wir dann streit hatten und so und dann kam das alles nach und nach und ich wusste im prinzip bescheid ich habe mich da schon ein bisschen darauf vorbereitet ich muss sagen youtube technisch komme ich recht gut klar auch wenn es hat schon seit monaten seit monaten genau seit wochen kein themen talk mehr kam aber ich kam klar abschließend zu meinem fazit also erkennt jetzt ungefähr die story wir sind uns was social media betrifft sind wir uns alle also sind wir uns generell entfolgt das ist auch eine sache die man machen muss weil mitzubekommen sie beispielsweise ich meine ich stehe darüber sie bekommt halt bei instagram lädt ein bild hoch und bekommt da zahlreiche kommentare wie toll sie nicht aussieht wie geil sie nicht ist und hin und her und ich muss ganz ehrlich sagen wenn du frisch aus dieser beziehung raus bist und diese person hat mit ihr schluss gemacht bekommt im nachhinein so kommentare und geht auch noch drauf ein das fickt dich halt einfach das macht dich kaputt innerlich deswegen muss man abstand halten sich am besten blockieren gutes jetzt ein bisschen zu übertrieben so aber ich bin halt mensch ich gucke halt immer wieder nach und wenn ich die person blockiert habe dann ist es halt nicht so eher weniger und man sollte sich einfach abstraßen also man sollte abstand nehmen gar nicht mehr miteinander reden einfach mal klarkommen und dann nach so fünf vier fünf wochen so unbedingt soll man sagen ey lass uns noch mal drüber reden und dann sieht die welt schon ganz anders aus wie gesagt ich halte noch relativ viel von ihr ich so bin dankbar sie kennengelernt zu haben sie ist ein wichtiger mensch so ich mag sie noch immer sehr gerne so die gefühle sind halt ein anderes thema so wenn ich auch wenn ich schade finde hätte man bei so einer fernbeziehung wo sie in einem dorf wohnt und ich in der stadt und keiner so richtig bock hat wegzuziehen weil es auch einfach nicht gepasst hätte ist es besser gewesen die beziehung tatsächlich zu beenden so leid wie es mir tut und so schön wie die zeit teilweise auch war auch wenn diese schönen momente halt durch die entfernung halt so oft zu kurz waren bin ich halt schlussendlich froh dass es halt so gekommen ist und ich glaube so eine freundschaft ist insgesamt etwas besser man muss halt auch immer wieder gucken wie geht es einem damit weil die meisten leute die haben dann weiterhin gefühle monatelang jahrelang und sind dann mit dieser person befreundet nicht wegen dem menschlichen aspekt sondern einfach nur wegen dem aspekt ja hey ich weiß wenigstens was diese person so treibt hat die person aber neuen partner ist man verletzt als sonst was ja und da muss man gucken passt es für mich passt es für mich nicht weiß man halt nie wie gesagt ich stehe zu einem guten kontakt zu ihr und ich kann fernbeziehungen ich kann oder ich kann von fernbeziehungen nur abraten klingt doof ist aber so es sei denn man hat von anfang an den entschluss oder diese reife zu sagen hey ich bin bereit dazu ab zu hauen also also wegzuziehen halt einfach vom eigenen wohnort das ist die grundvoraussetzung weil so eine fernbeziehung führen das kannst du mal ein jahr machen mal zwei jahre vielleicht drei vier fünf immer mal wieder alle drei vier monate mal sehen für ein paar wochen jeden tag schreiben skypen irgendwas dergleichen kannst du machen eines tages wird das ganze zur gewohnheit und dann kommt dann die frage auf liebst du mich eigentlichen und keine ahnung finde ich halt cool und mag dich halt und mehr ist halt nicht du siehst dich einfach zu wenig du kannst über diese person so wenig herausfinden das sexuelle fehlt das kuscheln fehlt das körperliche generell ist halt so meine meinung wenn ihr dazu einen zweiten teil sehen wollt wo ich dann diese beziehung außen vor lass und noch mal direkt auf das thema fernbeziehung eingehen mit den vorteilen nachteilen und so weiter und so fort dann lasst es mich gerne in der kommentar sektion wissen und ich bin zufrieden dieses video jetzt gemacht zu haben auch wenn es fast 40 minuten lang ist mir war klar dass dieses video so lang sein wird ich bin extrem momentan kaputt weil es einfach scheiße heiß ist ich es nicht geschafft habe meine klimaanlage zu kaufen im winter und im sommer die klimaanlagen entweder ausverkauft sind oder so scheiße teuer sind dass ich es mir einfach nicht leisten kann ja und ich sitze halt hier immer noch dachgeschoss wohnung habe die softboxen an alle beide die ventilatoren sind aus dass die soundqualität passt ja 40 minuten gelabert vor den softboxen mir geht es nicht gut ich komme klar aber mir geht es nicht gut es ist heiß ich wünsche mir den winter zurück selbst wenn winter ist wünsche ich mir den winter zurück ja so sehr kann ich den sommer nicht leiden aber gut ist ein anderes thema habe ich ja auch schon letztes jahr thematisiert will ich jetzt auch nicht ausschlachten dieses thema youtube technisch geht es mir gut ihr hoffentlich auch ob da irgendwann noch kooperationen kommen werden zwischen ihr und mir schwer zu sagen menschlich gesehen kommen wir miteinander klar befreundet sind wir ja auch wir kommen halt miteinander klar das mit der beziehung ist sehr tragisch zum einen weil ihr sie einfach zum teil kanntet ihr sie weil bei jedem live stream den ich hatte diese talk live streams war sie halt einfach ein teil von dem ganzen und ich denke es ist besser jeder kann wieder seine eigenen projekte machen man kann mit den freunden mehr machen wobei das wieder eine aussage ist die er sonst klischee geht weil ich habe nicht mehr mit freunden zu tun wie ich in der beziehung zu tun hatte nämlich so selten wie es nur geht weil ich einfach ein anderer mensch bin was für ein anderes thema auf jeden fall bin ich mit diesem thema durch wie gesagt wenn ihr einen zweiten teil haben wollt wo ich auf irgendwelche punkte spezifisch eingehen dann schreibt es mir in die kommentare wenn ihr neu seid auf dem kanal schaut mal die video beschreibung folgt mir gerne auf den sozialen netzwerken dass ein abo da lassen leichter lassen kommentar da müsst ihr aber nicht wer trotzdem cool support ist immer gut und wie gesagt schreibt mal eure meinung zu diesem ganzen thema in die kommentare hattet ihr selbst mal eine fernbeziehung wenn ja wie war es für euch so warum ist es gescheitert oder existiert sie heute noch weiß man ja nie und was sind an die anderen leute die nach euch kommentieren was sind so die tipps also wenn ihr erfahrungen mit fernbeziehung hat was sind so die tipps für euch wie kommt man damit klar oder kommt man damit überhaupt klar was sind so die positiven und negativen aspekte für euch schreibt mir gerne in die kommentare auch für die leute die sich das video im nachhinein ansehen ist sicherlich sehr interessant und ehe ich die 40 minuten erreiche weil ich gucke die ganze seite hier so auf mein audio aufnahmeprogramm und ich will die 40 minuten nicht erreichen deswegen werde ich dieses video hier beenden ging wieder lang genug aber ich denke ich habe mich so gut wie möglich ausgedrückt mal wieder angekattet man kennt es und da würde ich sagen dankeschön für die aufmerksamkeit dankeschön fürs zusehen fürs zuhören und bis zum nächsten was auch immer ich mache vielleicht ein live stream vielleicht ein normales video vielleicht eine vertonung weiß man die dann würde ich sagen ja macht es nicht gut macht es besser oder rein und bis dann